Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Vor fünf Jahren hat Yahweh die Hälfte der Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Die plötzliche Rückkehr der Bevölkerung lieferte die nötige Energie für den Beginn der Emergenz. Wie lange haben wir? Sieben Tage. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben. Wir sind Eternals. Wir kamen vor siebentausend Jahren hierher, um die Menschen von Yahweh zu beschützen. Warum habt ihr nicht geholfen? Oder bei anderen Kriegen, bei all den furchtbaren Ereignissen unserer Geschichte? Wir wurden angewiesen, nicht in menschliche Konflikte einzugreifen. Es sei denn, Gottes Söhne sind beteiligt. Von wem? Wir müssen die anderen finden. Einige habe ich seit Jahrhunderten nicht gesehen. Hi. Hallo. Wenn so das Ende der Welt aussieht, sitzen wir wenigstens in der ersten Reihe. Wir lieben diese Menschen seit dem Tag unserer Ankunft. Wenn man etwas liebt, beschützt man es. Du kannst keinen von ihnen beschützen. Eternals.